So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Bei mir ist heute Donnerstag, Freitag kommt Hannes. Da möchte ich mit ihm den Katagami Community Raid machen, aber jetzt möchte ich den Karguron Community Raid machen, aber irgendwie anders. Ich habe meinen Habanero Account hier am Start, den ich in den Shop gucke, habe ich jetzt 557 Münzen angespart. Da habe ich wohl mal nicht alle Coins aus der Arena bekommen, denn es kann nicht sein, dass hinten eine 7 steht. Normalerweise muss hinten eine volle Zahl sein, ist jetzt nicht. Ich habe im Fan-Chat mal gefragt, ob jemand die Möglichkeit hat, vielleicht so Karguron einzuladen, denn der Habanero Account hat keinen Karguron. Das Ding ist ja neu als Shiny da. Katagami gibt es neu als Shiny und 16.30 Uhr wurde jetzt ein Raid angesetzt in der Raid-Gruppe für Karguron in Brasilien. Ich habe geedit. Ich bin schlau. Also ich bin schlau, weil ich geedit habe, aber ich bin schlau geedit, weil ich bin schlau, mach den Raid. Da freue ich mich sehr drauf. Ich warte jetzt gerade nur auf die Einladung, beziehungsweise bin ich noch am Grübeln. Kaufe ich jetzt einen Fan-Raid-Pass oder kaufe ich dieses Dreier-Bundle? Das kann ich mir gerade leisten. Ich brauche ja nur einen, aber wenn es nach hinten losgeht und den ich fange, brauche ich ja nochmal eins. Das ist das nächste Ding. Jetzt habe ich schon auf Aufnahme gedrückt, weil ich dachte, 16.30 Uhr geht es los. Jetzt ist hier Verzögerung. Jetzt steht da Go. Jetzt steht er erledigt da. Also jetzt müsste gleich die Einladung kommen. Da sitzt Flannival. Das ist ganz wichtig im Event. Flannival. Ich habe ein 100er Flannival damals bekommen von der Dulli-Squad-Forschung. Das möchte ich auf Level 50 ziehen. Jedes Flannival ist wichtig, was wir hier reinkriegen. Ich kann euch gleich den Post in der Raid-Gruppe noch zeigen. Ich werde, glaube ich, das Dreier-Pack von den Fan-Raids kaufen. Hier, ich bin schlau. Hat eingeladen zu Cargoron. Wir gehen mal drauf. Das ist Cargoron an der blauen Arena. Ich gehe auf Kämpfen. Ich löse einen Dreier-Bundle ein. Dann gehe ich in die Lobby. Da ist die halbe Miete schon gezahlt. Wenn der jetzt nicht drin bleibt, habe ich ja noch zwei weitere Fan-Rate-Pässe und Chancen auf das Ding. Ich kaufe sonst wirklich nie Fan-Rate-Pässe. Ich kaufe sonst keine Pässe. Ich nutze alle Coins immer für Beutelerweiterung, also Items, oder für die Pokémon-Box zum Erweitern. Das ist für mich eine Sensation, was phänomenal ist. Das heißt, es so gepasst hat, dass ich gerade 550 zusammen habe und mir dieses Sechser-Pack kaufen kann. Wenn wir in Telegram reinschauen, hier ist die Raid-Gruppe. Jetzt muss ich das nur kurz aktualisieren. Seht ihr hier, dass da geedit wurde. Mystical Miku, Shinaya, Creeper, Matze Nottland, Kaiser Kai, Babu Yir, Gomi, Borki, Habanero Lime. Die müssten jetzt alle hier bei dem Raid dabei sein, den Raid mitmachen. Kargoron ist ein, was ist das? Stahl. Es gibt viele, die sagen, es gibt ja Regis Diel von den Regis. Und es gibt Kargoron, der aussieht, als wäre es halt die große Schwester vom Regis Diel. Regis Diel ist der kleine, dicke Bruder. Kargoron sieht halt trotzdem irgendwie weiblich aus. Guckt mal hier bei dem Eimer, den er auf dem Kopf hat da oben. Sieht aus wie zwei Augen mit einem kleinen Mund runder. Das wirkt nicht männlich, das wirkt zart, das wirkt irgendwie weiblich. Auch dieser dünne, schlachsige Körper mit diesem sozusagen Kleid drumherum wirkt irgendwie interessant. Weil das Ding vom Typ Stahl ist, nehmt ihr vielleicht Kampf gegen Stahl. Ihr nehmt Feuer gegen Stahl. Ich habe jetzt hier Flampivian drin, drei Stück. Zweimal Sackrom und Voltenso, warum auch immer. Ist das vielleicht vom, ah, Typ Flug. Das heißt, wenn es vom Typ Flug ist, nehmt ihr natürlich keinen Kampf. Aber vielleicht könntet ihr trotzdem einfach Feuer nehmen. Und halt Elektro. Aber ich denke immer mal, Feuer wird halt das Beste sein. Feuer ist halt am coolsten. Und vorher habe ich mir extra eine 6er-Armee Flampivian hergezüchtet. Die ich dann eigentlich immer nutzen wollte. Leider habe ich jetzt nur drei Flampivian drin. Mein nächstes Ziel nach meiner 6er-Armee Flampivian. Wird eine 6er-Krypto-Flampivian-Armee sein. Ich sammle dafür schon kleine Flampion-Kryptos. Ich habe aber keine Bonbons mehr. Ich habe auch keinen Staub mehr. Das heißt, das wird wieder ein langwieriges Ziel, dass ich die normalen Flampivian irgendwann austausche gegen Krypto-Flampivian. Denn ich finde das Teil als Feuerangreifer richtig cool. Ich finde das Design cool. Das Pokémon gefällt mir. Als Krypto ist es ja stärker als so normal. Die, die ich jetzt hatte, waren ja auch keine Level... Äh, waren ja keine hundertprozentigen. Als Krypto sind die EV relativ egal. Aber sechs Stück mal auf Level 50 irgendwann zu pushen als Feuerangreifer fände ich richtig stark. Grüße gehen raus an Ich-Bin-Schlau2. Danke für den Cargo-Ron-Ray. Danke für die Möglichkeit, das Ding jetzt zu fangen. Mal gucken, ob das gut ist. Mal gucken, ob es schlecht ist. Mal gucken, ob es ein Shiny ist vor allem. Denn es kann ja jetzt Shiny sein. Sieht normal aus. Ja, ist normal. 17,25. Tüten wir es mal ein. Hat einen dicken, fetten, riesengroßen Kreis. Und ich treffe trotzdem drunter. Also ich habe zu kurz geworfen. Wir müssen höher werfen. Auf jeden Fall, der sitzt wohl ziemlich weit hinten. Guckt euch die fetten Arme an. So. Das ist einfach fabelhaft. Der Kreis war so groß. Und zählt trotzdem als einfach fabelhaft. Er ist auch drin. Im zweiten Ball. Cargoron. Gefangen. Pokémon gefangen. Es ist kein Pokédex-Eintrag. Bin ich denn bescheuert? Zwei gesehen, zwei gefangen. Das war schon mal da. Seitdem es den Habanero gibt, war das schon mal da. Ist das so? Ich habe das komplett ausgeblendet. Ja, ich hätte eigentlich nur mal gucken müssen, ob ich schon eins im Beutel habe. Es hat auf jeden Fall zwei Sterne. 14, 10, 10. Danke. Nochmal. Möchte ich sagen. Da sitzt schon wieder Flannival. Warte mal, wir nehmen kurz zwei mit. So. Ein Flannival. Hallo. Wieso hüpft der jetzt über meinen Ball drüber? Ein Flannival. Und der zweite Flannival. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, dass ich hier so denke, ich brauche unbedingt Cargoron. Und habe mir jetzt extra... Äh... Habe mir jetzt extra einen Fanrate-Pass besorgt, um Cargoron zu raiden. Dabei habe ich damals schon einen gehabt, den ich aber nicht mehr auf der Hand habe. Deswegen dachte ich, ich habe den nicht mehr. Ich konnte ja auch nicht nachgucken, sozusagen. Wenn du Cargoron eingibst, da war nichts. Den habe ich wahrscheinlich in einem Glückstausch mal weggegeben. Bin davon ausgegangen, ich habe gar keinen. Wollte den jetzt nur machen mit einem Fanrate-Pass für den Pokédex-Eintrag. Dabei habe ich den schon gehabt. Das heißt, ich hätte den Raid gar nicht gebraucht. Ich hätte den Fanrate-Pass gar nicht gebraucht. Ich hätte mir das Dreier-Bundle gar nicht kaufen müssen. Hm. Cargoron. Das ist auf jeden Fall genial. Trotzdem, Dangan, ich bin schlau. Die anderen haben dadurch die Möglichkeit gehabt, mitzumachen. Und es ist das erste Mal trotzdem, dass er shiny da ist. Also wenn ihr noch Bock habt auf ein paar Fanrates mit Cargoron, dann viel Spaß. Ihr könnt trotzdem die Gruppe ja auch nutzen. Joa. Fühlt sich gerade ein bisschen komisch an. Aber restliche zwei tägliche Pässe fließen jetzt immer in Katagami rein. Das ist egal. Da kannst du nichts falsch machen. Bester Pflanzenangreifer, nehm das mit. Cargoron. Ja, wer es shiny braucht, muss halt wieder raiden. Muss Geld investieren. Muss abgehen. Aber danke, ich bin schlau. Zwei. Das war ein Fail. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out for Haut. Euer Ramses. Habt ihr schon ein shiny Cargoron? Schreibt es mal in die Kommentare. Ciao.